Marius, Buenos Dias und Guten Morgen, müsst ihr da sagen. Erst von dir um sehr schöner Tag, dann erst nach mal klatsach zum Marius, oder klatschief zum Marius. Und dann kann ich auch noch ein Video gemerkt. Und das wird dir vielleicht noch mal ein Titel gemerkt. Die Menschen haben gefragt, wann du das nächste Video merkst. Und wir haben gleich wieder gesagt, aber wir haben auch noch Druck geholt. Wir haben Halt gesiegt und Halt gespielt und nicht geführt. Ich habe ihn gescheitert und es ist sehr gut, dass ich sehr dankbar bin. Anyway, nun wollen wir eine Art Brot backen. Und das Brot, wenn wir hier Brot nach woanders kommen. Ich will euch das auch noch wissen. Aber nun wollen wir eine Art Brot backen, das nennen sich Chabatta. Das ist italienisch Brot. Das ist ein bisschen fast Brot. Das ist ein verbunden, ein bisschen fein Räuschen verbunden, eine feine Wege. Ich wollte sagen, ich habe das letzte Werk. Ich habe es direkt nur für den Brot steckt. Und das schmeckt sehr schön. So ich denke, dass ich den Gefallen merke, dass man bloß einmal, dass ich es für hamburgers braucht. Für hamburgers, für klopps, oder für geräumende Ducken, oder was auch immer. Für lunches, tortes, für alles, was ich dort brauche. Und ich will euch wissen, was ich da brauche. Anyway, ich habe mir einen frischen Ofen gebührt. In der Back, wo ich den auch noch wiesen. So, nun werde ich das Brot addieren für euch. Das ist sehr einfach. Dann habe ich bloß mit Butter, Hebe, Salt und Mehl. So, ich will euch dort wiesen. Oh, und das Brot ist nicht geknett. Dann habe ich bloß ausgerägt und übergelägt ein paar Mal. Sehr einfach. Aber das Brot zieht. So, dann werde ich nicht in der Stadt von Raum drehen oder verkaufen wollen. Dann werde ich vielleicht in der Tüße bleiben. Aber immer haben, dass das wird. Ich werde euch zeigen, was wir brauchen. Hier habe ich drei und halve Koffel Witted Mehl. 3 1⁄2 Cups All Purpose Flour. Hier habe ich ein 8 Lappel Heave. 1 Tablespoon Instant Yeast. Hier habe ich 2 2 Lappel Salt. 2 Teaspoons Salt. Und hier habe ich ein 2 Drittel Koffel Warmwutter. 1 2 3rds of a cup of warm water. Jetzt werde ich das machen. Okay, dann werde ich das Dicht herieren. Hier werde ich das Mehl herieren. Und dann das Salt. Und die Heave. Und dann werde ich das Seierfein herieren. Oder das Fein herieren. Und das wird ein Schmata ja, oder Seierbacher ja Dicht geben. Das ist nichts das Gewinnel ja, mit einer niedriger Braut. Und da war auf der Knäse, Jetzt haben wir los. Und jetzt war er und ich mit einer Wutel, nicht außerhalb der mehl. Und jetzt war er wieder an der Ante Dicht herieren. Die kann nicht hängen und schwingen, wenn du du willst, du möchtest hängen. Aber wir waren für heute mit einem Lappel. Und ich fand er und meine Fein här nicht herieren. ein paar Worte Mehl, einmal war es mit Mehl, weil wir das Wunder alle machen können und einzeln mal ein paar Läge das Wunder bieten. Wie gesagt so wie wir das Wunder machen können wir ja Wunder bieten. Aber immer haben wir ein Wunder, weil das ist und dann nehmen wir ja Wunder die Wunder immer auf einmal. Weil das ist ein feiner Bakaia Dächer. Das ist ein Wunder, wie ich bei dir sehen. Das ist ein Wunder, das ist ein sehr Bakaia Dächer. Da wo uns den hier ein Dächer ab und die nach Hause passen wir hier. Das ist ein sehr Bakaia Dächer. Aber dort schauen wir ihn dann. Wir haben hier so ein Wunder. Wenn wir nichts haben, dann kann man es nach seltsam gemerkt. Bloß ein Feiner mit Blech. Du haben mit Splitten und Bäschen genommen. Und dann den einmal ein bisschen überleihen. Das Gesäunchen. Der ist ein nur Bakaia Dächer. Die wollen nicht kneten. Bloß ein bisschen überleihen. Der soll soja blusig wollen. Und da wo wir den mit uns Haltüfen backen, was ich gemerkt habe. Ich leidert worden. Soja. Ich leidere noch mal. Das ist ein wenig. Das wird so. Bloß natürlich den Feiner immer mit uns immer leihen. Und nun wollen wir den Weich leihen. Hier wird es trainiert. und dann werden wir den eine Stunde oder eine halbe Stunde gehen lassen. Und dann werden wir den nächsten Staub machen. So wie gesagt, wir essen mit Backer hier durch und wir nutzen dort. Wir haben den Teutarten mit Plastik und wir werden warm sein und dann soll der gehen. Wo die Hangehäuser sind, weiß ich nicht, aber der soll nicht wo Hangehäuser gehen. Aber der ist mehr doppelt. Okay, jetzt haben wir den Schmack mit dem Plastik gesprägt. Wo wir noch Hangehäuser haben, lassen wir ihn nur auf eine halbe Stunde gehen, weil er verdoppelt ist. Okay, jetzt haben wir die hier eine halbe Stunde gegangen. Ich bin reisig für eine halbe Stunde. Wo wir das Plastik hier aufnehmen, dass er nur Backerig, wenn man das schafft. Ho, 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 ho. Komm, was ich mit dir geduld haben. Dann soll er ein gutes Rauf nehmen. So ist es gesehen, dann soll er Backerig. Mit so einem Backerig der Däge durchgekommen, hat er doch noch weiter geschockt. Und dann, was wir tun, ist dann, wir haben kommt die Wutte. Da werden die Fängerschen und Kliebwäste genommen. Dann nehmen wir den Däge hier von Fehlern. Dann raken wir ihn so aus. Dann leiden wir den Ewa. Und da wir den einmal Haufram drehen. Und dann klicken wir ihn weiter an. Dann raken wir ihn weiter an. Dann raken wir ihn weiter an. So steht. Dann war er Ewa leiden. Dann diesen Zweig. Kliebwäste an. Lohnen, dann stets die Kliebwäste und stets. Dann raken wir ihn wieder an. Dann raken wir ihn weiter an. Dann schlagen wir ihn mal ihre Haufram. Dann in der Hauframmutter. Dann raken wir ihn wieder an. Dann raken wir ihn wieder an. Dann raken wir ihn da raken. Hier mal Plastik verspreiden. Dann raken wir ihn eine halbe Stunde. Dann raken wir ihn, Jetzt starten wir drei Mal. Und da haben wir zwei abgeschmissen. Nun haben wir den eine halbe Stunde setzten lassen. Und da haben wir den Zell gewartet. Drei Mal starten. Okay, nun haben wir die für eine halbe Stunde gestohlen. Da haben wir den Plastik losgenommen. Und dann werden wir den alten Feuerwerk und den Unterwerkern. Die Finger wird noch mehr an oder nicht so sehr anbauen. Jetzt strechen wir es nach den zweiten Mal. Every half hour. Three times. Dann werden wir den alten Feuerwerk und den Unterwerkern. Dann werden wir den Wasser auf den Plastik gespringen. Dann werden wir den Wasser eine halbe Stunde lüren. Dann werden wir noch einmal und das ist auch fertig. Okay, nun auf die Wasser eine halbe Stunde gegangen. Wir werden den Wasser einmal ausbrechen. Und dann werden wir den am Dersen abladen nicht ausbrechen. Und dann werden wir zwei wachen smaken. Das ist nun dreimal, was wir den haben ausgeräumt und jedes Mal eine halbe Stunde haben wir den lassen rühren. So, nun kann ich wissen, was wir das nächste machen wollen. Nun nehmen wir ihn dicht und dann werden wir ihn ausgeräumt. Und bloß, wir wollen alle Bluschen nicht mehr machen, wir werden ihn nicht ausgeräumt. Wir werden ihn bloß mit fein ausgeräumt. So, dass er nun hier, wenn er es gebackt hat, ist, dass er fein blusig ist. So, nun auf den ütren und dann auf den dünn schnitten, sollen wir gerade wieder zwei Backes es wieder wählen. Dort wird nicht schmacken, runde, glatte, zwei Backes geben, es ist nicht, aber schmecken sehr schön. Okay, nun auf den Dich hier sehr schmacken, und da werden wir ihn dann wieder schnitten und auf den Grund, die haben wir gerade zwei Backes wählen, eins hier dann feierkont, eins hier dann runde, sondern es hier dann wählen. Wir wollen unsere neue vier feierkonten, hier eine halbe Rundfläche. So, dass ich halt sehe, die sind nicht schmacken, runden, glatt, dass die Dich, mir noch nicht schnitten, zwei Backes, ober. Und wenn die schwören Backen, die würden sich schmacken abpuffen, da würde ich schmacken, lauten. Und, äh, so dass ich sage, die waren sehr, sehr schön schmacken. So, nun wollen wir von alles zwei Backes merken, und hier wollen wir von denen ein Bult gemerken, muss sein. So, dass es gesehen kann, hier haben wir einen Oben. Wir nennen den, äh, Pacito, oder Panchito, oder Pedrito, was immer da, äh, in der Weg dort ist. Aber immer haben wir den auch von Trockenheim gemerkt, hier haben wir einen Ruhnernern und einen Trötenhech, hier haben wir einen Däckchen, ich habe hier da mal euren gewesen, durch den Luft geben, was wir wollen. In diesem Weg habe ich, mir noch was gemerkt, ich wollte ihn dort mal wissen. Ja, gut. Trockenheim ist ein bisschen rater, als den Oben, was ich gemerkt hatte, und dann haben wir hier ein bisschen einen Kuller-Nut. Und dann, was wir dann daunen, sagt mir dieses Oben hier an. Oha, kuck mal. Woohoo! Und weitja, dieses Oben, dort wie in der, in der heute Wuttertank von den Bähler. So, schneide ich mir den in die Hals. Hier hat ihn ruhig genommen, kann man da ein bisschen Luft geben, oder er hat er nicht lohnen, da kann man dann erst stellen, die hat es wieder in der Welt. Und dann hier merken wir, es zu dir, oop. So, packt du ein paar Stieper schnell, damit wir keine Blut mehr sagen. Und das ist, die Säulen-Therren, die Oingen, da merken wir vier. Und dann, wenn wir das nicht so heute haben, wie das wollen, dann, äh, packen wir Brötchen. Wir wollen von dir aus essen, was das Rehen hier mag. Die sagen ja immer, die Schwersehenssten, das Wadermatt, wir nehmen das Zettemt. So, nun fangt er auch weiter unterrehen, so, ich kann noch einmal Dächer hier reden, aber, nun fangt er weiter unterrehen, Rehen, kann ich halten. Nun, was wir dann gehen, für den nächsten Satz, der Steak, wo wir weiter mit den Bären backen, aber, ich habe das geregelt, von der, wo wir, zwei Böckchen hier bieten backen. But, anyway, nun kann ich sagen, was wir hier, von Tänet aufgehauen. Und, dass man halt, duah, Seierschein. Najo, da muss man doch wohl weiter nähern gehen. Okay, und ich kann hier sein, wir haben an der Tröberges gemerkt, und die können auch, das ist eine Art, der Böckchen gemerkt, wo wir wollen. Schauf doch. Und, was wir hier wundern, was auch ich, diese Kumpjes hier haben, dass es an ihren Kumpjes geht, ist ja nicht Kumpjebrücken. Wir wollen hier, wenn die Sparten, kärten, wo der Neue hat, und wir tanzen, das, dann wollen wir nicht von Böten fein, knusprig, reich, und dann werden sie fein beig. So, wir können, pour some boiling water in hier, later on, when we bake them, to keep them crispy outside, and soft, and chewy, inside. So, nun werden wir die Tau daken, und dann, für 40 Minuten, lassen wir es gehen. Let them rest for, 40 minutes. Und dann werden wir den Oben abhalten, auf 425 Grad Fahrenheit, und dann werden wir den Böten, für 8, 20 Minuten. Okay, nun werden wir uns den Oben abhalten, auf 424 Grad Fahrenheit. Wir haben die Kumpjesstöckbeeren, die wir auch abhalten, und dann herwachen, durch die Kärten, und die Wutern, dann geht es wieder los. Die haben die so schmack gegangen, und du wolltest noch alle weh, ein klein bisschen Mehl abstellen. Bitte, die Pan Blanca, da in Mexiko, nicht schau ich fehl, ein klein bisschen. Jetzt sind wir heute mit den Böten an. Wir haben den Oben heute, was Feierhundern fehlt, finde ich groß. Kommt, ich habe auch schmack, heute gemerkt. Wir haben die Kärten, das Wuternägen gehalten, und da wird es vorzufangen, zu tanzen. Anyway, wir haben Schibara Brautböten. Das ist ja Wuternägen, wir dort man ii war 24 24 24 24 24 28 20 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 Nun wird der Kühnbord bis, nun kiegt er mal. Wir haben hier 18 Minuten gebackt. Das war wirklich ein sehr schön. Das war wir. Wir haben die nächste Plot hier nere, das wir zanken. Wuhuu! Nu werden wir das für wirklich smuts machen. Oh, das wird ein bisschen kiegt. Checkt mal. Wow! Schibara Brautjes. Wohooo! Ich habe ein Eck-Hookie mehr an der Doktor, das schmeckt bloß sehr schön. Höchst mal. Jetzt werde ich ein paar Minuten aufschneiden. Dann werde ich abschneiden, dann werde ich sein, weil das ist von Bern. Na Joran, der zweite Sorte ist hier rein. Checkt mal. Hohoho! Seierschein. Und die anderen, was ich den Halt oben büten, nicht brauchen wollte. Weil ja, da bin mir ein Mann geregnet. Da habe ich von der Neue geregnet. Und ich habe noch eine solche Steche geregnet, vielleicht aber dann mit dem Halt oben das nächste Mal. Okay, jetzt haben wir hier an die Buns gebacken, an die Schibara 2 Böckjes. Ich wollte Halt mal. Die sind so fein, wenn die Dicke erfrieren. Erfrieren. Dann hört die Dicke ab. Ich kann einen abgegeben, ich habe mir den beschwerten mit Peanutsbutter. Weil die kann nicht immer sonst gebellen. Schickte mal. Bloß so fein weg von Bern. Und dann bütenhaft die so eine feine Karsch. Hopp, ich guck die märten da auch. Wo ich ihn da noch von der Träbier wiesen. Und das hieß ich sonst keinmal, dass ich dort gegangen. Da. Das ist dort so richtig dann von Bern. Bloß Seierschein. So. Hopp, hoppen liegt die nächste Sorte. Da kann Fräsch dich ergeriert. Die kann auch büten am Halt oben baten. Wo ich ihn dort wiesen, würde ich schafften. Aber wenn nicht dann. Das wird erst dann. Ich guck die märten da auch. Und die kann die auch frieren, dass ich sagen. Hier der wieder öppnet. Und die an der Baten wird abwurmen. Da ist dann das Krack. Das ist frisch. Das Seierschein. Wer weiß. Eins hier hat man Dicke drüber gesparten. Da zählt die Ängste nicht. Aber das ist dann auch Seierschein. Der macht ruf auf die Nähe. Der macht ruf auf. Und die wird das schifft. Da Uma Möse. Das ist dann auch Saaf. Und das ist dann, wenn die Eine Baten hat. Das ist dann. Das ist dann. Das ist dann. Und das ist dann. Da ist dann. Musik Puro marial sicario Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020